Was haben alle Fanschlepper auf dieser Welt gemeinsam? Sie stammen hier aus dem Fanwerk in Magdoberdorf. Und damit herzlich willkommen zu FanTV. Selbst auf der anderen Seite der Erde in Australien sind Fanschlepper im Einsatz. Und bedenkt man die Größe des Landes und die Betriebsgrößen dort, dann ist ein Thema enorm wichtig, nämlich das Thema Spurführung mit VarioGuide. Im Gegensatz zum kostenfreien Korrekturdienst EGNOS hier in Europa, arbeitet man dort ohne Korrekturdienst, sondern nur mit der Ortung aus dem russischen GLONASS und dem amerikanischen GPS-System. Autonomus-Mod genannt. Und wie das funktioniert, erklärt Ihnen mein australischer Kollege Konstantin Blaersch. Das ist eine true Plug-and-Play proposition für Fendt-Traktors. Alles ist integriert und wird auf deinem Vario-Terminal integriert. Der Hauptspunkt für VarioGuide ist die VarioGuide Receiver mit Fendt-Generik-Software. Und ich möchte Ihnen zeigen, was andere Componenten sind notwendig, um zu erreichen, für unterschiedliche Akkurs zu stehern. VarioGuide Receiver, auf der eigenen ist, ist es zu stehern den Traktor automatisch, also, das ist, ohne Korrekturzsignal. Wenn Sie wählen, für eine höhere Akkursie, für e.g. 5-10cm Akkurs, oder für die Alternative 2.5cm Akkurs mit einer RTK-Base Station, für e.g., Sie müssen mehr Componenten zu diesem Receiver. Und diese Componenten sind ein Gyro und ein Radio, das ist ein Receiver Radio, ein Rover Radio für die RTK-System. Ihr Receiver will have these two Componenten, die ich gerade zeigte Ihnen, Plugged-in-Side, und, therefore, ist es capable, von Receiving der RTK-Correkturzignal, und die Gyro machte sicher, dass die Bewegung der Traktor auf den Traktor ist, und das, letztendlich, gibt es die High-Accuracy. Und, again, es ist eine Plug-and-Play-Proposition. Du musst nicht mehr aufsitzen, die Software und die System erkennen, dass diese Componenten sind Plugged-in, in-Side, nicely protected from the outside und fully integrated, und, of course, die whole Steering System dann pops up auf die VarioTerminal-Schrein. Die VarioGuide Info You don't have to worry about calibrations or set-ups. You simply go into the menu and set your new wayline. To start steering, we simply tap on the steering tile. The next menu that pops up is the VarioGuide Info that shows us our pass-to-pass distance, shows the number of satellites that we can receive from at the moment. In this case, it's 11, and it shows some information about our wayline catch-up settings. But to create a new wayline, we simply tap on the steering tile again and create a new AB line or wayline up in the top tile. And here we can either create a new field or paddock. We do that by just going for the default field number one. And now we're able to create a wayline, which is the third button. I get the choice of four different types of waylines. The straight AB line, the contour line, the heading or A-plus angle, or the pivot or center pivot. For our work we've done here, we'll choose the A-plus angle or the heading, say OK. And now it is asking me to put a desired angle in, or it actually tells me which angle the tractor's pointing at. But in our case, we want to have 125 degrees. So I tap on the figure and scroll up the value with the OK button. Now the system is just asking me to set your A-point, which is our starting point. That's all I've got to do. And as you can see on the screen, I'll just bring it up to full screen. This steering system now projects my 125 degree wayline through there. And just go a little bit further in. And as I go and start steering, it'll also activate the symbol for my implement and start coloring in where I've been. How easy was that? All you've got to do now is take control of your Fendt tractor with an industry-leading terminal, the Vario Terminal from Fendt. VarioGuide. It's your all-in-one steering solution from Fendt. Das Thema Variotronik wird uns bei Fendt auch weiterhin begleiten, denn schließlich wird mittlerweile jeder sechste Fendt-Schlepper mit VarioGuide verkauft. von Lukas von Lukas von Lukas günstig